Alge, 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 Scheißflosse, Drecksflosse, Alge, 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 oh Baby, yes it's glossy. Hallo, wir sind jetzt weg, die Belästigung hört jetzt auf. Ich brauche noch ein Foto mit dir und deiner Frau. Für welche Zeitung? Ich arbeite für deutsche Agentur, ich war auch bei deinem Auftritt dabei, ich war gestern dabei, also bin die ganze Zeit da. Warte mal, sollen wir das nicht so ein bisschen mehr gestellt machen, die Kameramikrofon so recht zählt? Wir gucken so und ich zeige so Richtung Beach, Kamera filmt auf. Aber wenn wir das jetzt nicht eilig hätten, fünf Minuten Fußmassage klingt schon geil eigentlich. Aber weißt du was ich für Hornhaut habe? Meine Frau hat entdeckt, dass ich wirklich, komm, ich habe wirklich starke Hornhaut. Also wirklich, ich habe ja noch nie eine Fußküre gemacht, noch nie in meinem Leben. Aber was sind denn das für Katakomben, dass du das erst entdecken musst? Kamera winken. Megapark, heute Abend! Die hatten Bock. Ja komm, du kannst deine Freunde grüßen, es ist Adams Kanal, du musst ihn fragen. Darf ich? Ich bin Adam, nicht der Kameramikrofon. Du hast doch noch gar nicht gefragt. Darf ich? Ja okay, danke schön. Grüßtchen, Enrico, Luca, Luca nochmal und alle anderen Nils. Und warum wurde der eine jetzt zweimal gegrüßt? Zwei Lukas, zwei Lukas, das macht's ja. Boah, aber sowas, genauso musst du rein wie die Geisens, schön hinten rein und nur meckern. Scheiße, alle dir. Ich muss den Absprung noch schaffen, sonst bin ich nicht auf dem Boden geblieben. Bis bald. Das kann nicht sein, dass ein Helmut ein einzelnen Jet-Trikot anhat. Das kann nicht sein. Das ist mein T-Shirt von meinem Shop. Ich bin Knossi. Because I like you. Waaat? Ich wollte das hier. Where you get this? Me. This is my from my Shop. It gets me my name. You give me this one. One, one. Yes. In Megapark. In Megapark I give you. Weiß ich nicht mehr. Adam, das ist sie doch schon, da brauchst du nicht mehr viel suchen. Meine Mutter hat immer so eine getragen. This is for money. Das ist alles für ein Mann, das ist doch nicht für ein Mann. This is for money. Look this one. Ist die gut? Das ist von Guki. No, this is for money. Das ist for money. Er hat die auch an. Er hat die doch auch an. Aber du hast dieselbe. How much? 20. Da wird da nicht gehandelt jetzt mit dem. Beim Handeln musst du immer den Preis sagen. Er sagt den Preis und du lachst und gehst dabei nur weg. Die unterbieten sich dann selbst. We make now this price again. So I ask again. How much is it? 20 Euro. 20 Euro. So, da musst du weggehen. Und die schreien dir dann hinterher. Eine Frage, ja? This is new model. Nur klatschunder. Helis. Drei Jahre Garantie. Drei Jahre Garantie. Kannst du wieder? Aber wirklich? Denn you give Kassen billig? Ja, this will make a good price for you. Ich möchte mich noch ganz kurz über die Garantieansprüche informieren. Also ist es dann so? I come to you if something is broken. And you are in front of the Dino Park every time. Every night, every day. You have customer support. Wenn ich jetzt die Brille einschicke, dann merke ich das auch nicht, ne? Aber das wäre jetzt fies. Ja. Ich denke mir immer, wie einfach ist eigentlich manchmal Diebstahl, wenn du jetzt hier einfach so versteckend bist. I know. I know. I know. I know. Ich will nur gucken. Ja, das ist ohne. Pass mal auf. Ich sag dir jetzt kein Schalt. Das ist das beste Modell. Das ist das neuste Modell, was es hier gibt. Du hast noch kein einziger. People have old Modell here. You are the one with the new Modell. The newest Modell? Ja, sag das doch gleich. You tell me. Okay. Sie ist als gekauft an. See it like it's bought. 20 Gold. Das neuestes newest Modell. 20. Perfekt. You need 20. Thank you, thank you. Nice deal. Five stars. I'm gonna judge you on Google Maps. Thank you. You're the best man. I like you. Ein Foto with my Trikot with you. Dann lass mir ne kurz Foto machen. Oh ja. Nice. Thank you very much. I love you guys. I love you. Thank you. He's number one. Du musst dir vorstellen, du hast ein Merch in dein Shop, hast ein Trikot rausgebracht und du kommst auf Mallorca und siehst einen der Händler auf einmal in deinem Trikot. Jens, die können sich das auch grad nicht vorstellen. Die sehen dich jetzt zum ersten Mal. Du erzählst ihnen über eine Situation, die sie gar nicht hatten. Ja, ja, ja. Shit, ich hab die Brille noch geklaut. Die andere Brille. Helmut. Helmut. Du hast zwei Brille. Accidentally. Accident. It was an accident. No problem. It just wandered into my back. I don't know why. Sorry. No problem. Accidentally. One Deutschland. Oh, Deutschland. Vielen Dank. Ah. Du musst nur HeLa-Ware zurückbringen, dann kriegst du das Geschenk. Thank you, thank you. Oh, der Arme. Shit. Ich bring dir noch mal 5 Euro, damit das nie aufhört. Hey, mein Freund, komm her. Komm noch mal her. Trink Geld. Was kostet Gold die Kette? Oder Silber, Silber, Silber. Silber, mach den. Komm, 10. Nein, nein, 10 ist zu wenig. 20 Euro. Thank you. 20 Euro. It's a new version, right? Ja, 20. 20 ist perfekt. I like you. You have good heart, eh? Natürlich. Ich wollte die Kette auch. Nummer einer. Nummer uno. Ja. Ich bin neulich damit gefahren, das vordere Rad ist weggebrochen. Es ist von Bellory Bike. Von Bellory Bike ist mir das vordere Rad weggebrochen. Ja, passt auf, passt auf. Oh, ist auch von Bellory Bike. Hab ich gar nicht abgelesen. Adam, so witzig wieder. Willst du ein Foto haben mit Jens? Ja, ist schwierig. Er sitzt ja jetzt im Knast. Mach's gut, ne? Vielleicht nachher. Wir sind so in drei Stunden fertig. Bis dann. Oder ist das wieder fies? Ich will jetzt auch keine Fotos abschlagen. Wir machen gerade die schwerste, oder? Oh, nein. Wir machen nicht die schwerste. Oh, Schatz, komm. Oh, also wirklich. Komm. Ihr habt ja gesagt, mit der Frau kannst du nirgends hingehen. Es ist wirklich, wir nehmen einfach, damit wir nicht so dumm aussehen. Verstehst du? Das ist ja dein Stream. Ich find's cool, dass sie so Bock hat. Die hat echt den ganzen Nachmittag von nichts anderes geredet, ne? Und bei der Scheißerei, ne? Das ist, dass sich das ablenkt. Ich glaub, hier schon. Das war echt kurz. Nimm mal. Das war schießend. Hast du gedacht? Beim ersten Mal, gell? Ja. Abgehoben. Drei. Boah, drei ist gut. Drei. 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 Drei, drei. Aber jetzt hat der Druck, ne? Komm, Adam. Wow, der ist gesprungen. Boah, wenn er rausfliegt, ist von vorne, ne? Wenn er eine zwei macht, sind wir am Arsch. Boah! Du Hund! Oh, verdammt. Das wird eine vier, ich seh schon. Das gilt doch dann. Nein, das gilt nicht. Adam, siehst du mal. Doch eine vier. Alter, nein. Das ist wirklich der Schläger. Ja, fünf. Adam, du musst aufholen jetzt. Er macht das jetzt auch mit seinem Gepäck. Oha, der ist gut. Ey, Adam, du bist immer kurz voraus. Nein. Aber warum? Das ist der dritte. Ich hab gesagt, vier. Schatz, sag einfach nichts mehr. Das ist gemein. Darf ich das? Ja. 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 Ich sag's dir, Adam holt uns eh auf. Ja. Aber ich hasse auch Minigolf irgendwie. Oh Mann. Mann. Man sieht auch, wie uneben das aussieht. Ja, wirklich. No. Ja. Aber du stellst dich auch komisch hin. Das muss man schon sagen. Knossel 8, Lia 10, ich 14. Dann ändere das doch einfach kurz. Nein, ey. Nix ändern. Stopp, Adam. Nein. Nein, es ging um eine SIM-Karte. Oh, oben. Wichtig ist, dass er oben ist beim ersten. Schatz mal auf, manche lästern, wenn ich geh. Ich lästere nicht über... Hab ich gelästert? Ich hab überhaupt nicht gestern. Ich hab wirklich gelästert. Wow. Elia, come on. Oh shit, okay. Komm, das wird jetzt eine 3. Adam, komm. Ja. Wow. Jetzt sag dich, der fliegt wieder raus. Wie der wieder versucht hat, mich zu fern. Ja. Sehr schön. 3, okay. 3, aber ist top. Okay. Ja. Oh Mann. Ja. Elia, ich find's so geil, dass immer die jubeln bei einem Fehlschlag von einem Gegner. Das ist sehr sympathisch mit euch zu spielen. 3, wieder 3. Ja, ihr habt beide 14. Das ist nicht mein Schlag, das ist nicht mein Schlag. Ihr habt das gesehen, das ist nicht mein Schlag gewesen. Es sei denn, der geht jetzt rein. Das ist mein Schlag. Ja, zählst du drin? Ne, ne, ne. Ich hab ja gar nicht geschlagen, der ist ja runtergefallen. Ach so. Pass auf, wenn der kommt. Der kommt, der kommt, der kommt. Oh, das geht gar nicht, dass der hier... Es gibt bestimmt nen Trick, aber wir landen alle da gelandet. Ja, es kann nicht sein. Schade. Mach halt mal ne 4, dann ist es unangenehm. Echt? Nope. Ja, es kann nicht sein. Weil das Problem ist, die Leute denken irgendwann nicht, ich mach das mit Absicht. Der macht das nicht mit Absicht. Der kann's einfach nicht. Wie kann man denn da noch drücken? Der kann... Der kann's einfach nicht. Ja. Vier. Oh, der wollte aber auch schon wieder. Top. Ja. Das war bei mir auch vorhin so, Adam. Ist egal, im Keller. Ja. Adam ist da hinterm Wald. Zwei. Hey, oh mein... Bruh. Nein, sorry. Ich will nen anderen Ball oder sowas. Komm mit meinen. Ich will irgendeine Ausrede. Oh, lag nicht am Ball. Lag nicht am Ball. Ja, ist doch gut. Klausi, du halt die Bach-Uhr, Alter. Neee. Was ist eine Bach-Uhr? Eine Bach-Uhr? Oder was meinst du? Nein, nein, eine Bach-Uhr. Ah, Bach-Uhr. Ich weiß jetzt immer noch nicht, was das ist. Bis dann. Darf ich einen Ball von dir haben? Natürlich, Adam. Aber wenn ich jetzt schlecht werde, dann bin ich sauer. Nee, nee. Ich geb dir den Geld. Ey, das ist ein anderer Ball. Ja, guck dir das mal an. Habt ihr's gesehen? Ja, aber deiner ist schwerer. Ja, das... Ja, ja. Warte mal. Natürlich ist es verarschend. Aber... Aber ich hab auch... Ey, ich hab aber einen wie den roten. Meiner springt gar nicht. Gib mir den Orangen, ich steck den ein. Erinnerung. Es ist eine schwere Bahn. Fünf. Als hätten wir die Bälle getauscht. Stimmt. Jetzt gibt's sieben. Du, wenn du jetzt lachst... Ich lach doch nicht. Boah, hast du gehört? Wenn ich den unter vier machst... Zwanzig. Zwanzig. Okay, gucken. Scheiße, hinten runter. Eins. Ja, dafür. Ja, ganz von vorne. Sicher? Ja. Ja, da haben wir uns vorhin drauf geeinigt. Alle waren da mit Einverstärmten, Jens. Ja. Sechs. Das ist der große Comeback-Versuch für Adam Skyline TV. Er baut sich auf. Erster Schlag. Sehr stabil. Geht aber die hintere Abfahrt runter. Heißt aber noch nichts. Bleibt drin in der Bahn. Und das ist wichtig. All das haben wir heute bei den anderen Top-Favoriten so nicht gesehen. Kann sein, dass er es in der Zwei packt. Oh, du asoziales Stück. Und da gleitet er drüber und da regt er sich auf. Sollte jetzt runterfahren. Kann zur Disqualifizierung führen. Adam Skyline. Au, der soll es nicht sein. Aber auch der vierte ist es nicht. Das müsste so scheiße aussehen zu Hause. Ich werde mich über diesen Streams so ärgern. Eins ist klar, wenn du den jetzt in fünf machst, hast du das beste Ergebnis hier heute. An der Bahn. Ja! In fünf. Ja. Oh. Nein. Oh. Oh. Und das sind dann die Schläge, da kriegt man es an eurem zweiten nicht rein. Genau. Das ist dann das, wo es dann komplett versaut. Und auch den zwiebelt man noch mal daneben meistens. Ne, sie nicht. Gut. So, Jens Knossner hier am Schlagen. Und ich möchte natürlich genauso zurücknerven mit einer Kommentatorenstimme, wie man sie halt eben auch schon von ihm kennt, wenn er anfängt, seine Pokertouren zu moderieren. Typische Floskeln wie bei Schlag den Star, wie zum Beispiel jetzt nicht overpacen, werde ich dabei auch sehr gerne einfließen lassen. Und man sieht direkt, dass er sich da zu viel zugetraut hat. Generell mit dem ganzen Urlaub, aber jetzt hier auch am Loch. Drei. Du machst es einfach. Ah, Damm. Ah, Damm. Ah, Damm. Komm, eins. Oh, Gott, Gott. Nein. Nein. Lauf. Lauf. Aber du weißt jetzt ungefähr wie. Das war gut. Ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 oh, shit. Ja, 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 ja. Ey, 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 aber Adam, das war on and one eigentlich. Alles voller Cola. Ey, das war on and one. Ey, das war on and one. Ey, ich hatte die Cola in der Hand. Hast du überhaupt ... Ich habe nur eine Hose. Habe ich hier Cola irgendwo? Komm, die Leute gucken, wir sind mit dem weiter. Ich kann es gar nicht glauben. Ihr seid wirklich ein bisschen unangenehm, das muss man schon sagen. Ja, aber diesmal eher mehr als ich. Hey, warum ist denn hier Cola an den Koteletten? Adam, ich hab die Cola in der Hand. Der hat mich umgeschlagen. So, der dritte Schlag auch leider daneben. Das heißt, jetzt sind wir im... Nein, das war schon vier. Das war vier. Ey, ich hab nur den Ball leicht berührt. Chat sei entscheidend. Ich zieh dir ganz kurz aus dem Miniergeld. Regeln, der hat der Ball aus Versehen berührt, zählt das auch. Okay, dann hab ich jetzt eine... Warte, warte. Ja, nee, komm. Das passt. Gut, zählt. Vier. Ja, ich find's super. Ich hab mega Spaß, Schatz. Geh? Ja, es macht Spaß. Er hat's halt einfach... Urlaub! 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 Nochmal einmal drüber setzen. Ja, komm. Also er holt jetzt jedes Mal auf. Ey, er holt jedes Mal auf. Ey, jetzt ist er wieder. Jetzt ist er nur noch fünf oder vier entfernt. Eins. Oh! Das ist Drecksauk. Verkommene Drecksauk. Hast du's gesehen? Und jetzt ist wieder die Runde, wo man's verkackt. Oh, Jens. Und scheiß Urlaub, ey. Drei. Oh, shit! Jetzt bin ich wieder voll. Ich flieg heim. Flieg heim wegen Minigolf. Fass mich nicht an. Ey, Adam, das hast du aber gesehen, das ist hier ein On-in-One zu machen. Das ist wirklich. Ich war wirklich so nah dran. Ah, ja klar. No! Ja! Das kann doch nicht sein! Das kann nicht sein! Das kann nicht sein! Ah, Adam, mein Schläger! Ja, und den Blick hast du gerade gesehen, ne? Den kann ich heute Abend wieder ausbaden. Vier! Vier! Nee. Doch, ich muss aufs Klo. Doch, der kann... Ah! Hat der jetzt in einem? Der hat jetzt echt in einem. Nein, Spaß! Boah, ja. Aber ey, der kann nicht in einem rein. Ja. Ja, da kommt er auch grad. Boah, die macht's halt wirklich. Okay, kommt vorne. Ey! Ey, es ist... Genau, bei sowas gibt's halt Streit, ne? Ey, das geht halt gut. Genau, das ist jetzt die ganze Diskussion. Schatz, also pass auf. Willst du den Urlaub versauen jetzt, oder was? Willst du jetzt den Urlaub versauen? Was macht die denn? Dann fahr ich heut noch heim! Was machst du denn Diskussionsstum? Der ist über die Treppe gefahren! Aber über Treppe gilt ja nicht. Naja, es war am Ende so 50-50 im Chat, weil einige gesagt haben, er hat halt die Bahn verlassen, ne? Ja, die Bahn darf nicht verlassen werden. Aber mir ist doch egal. Dann gib mir doch die Punkte. Mir doch wurscht, weil jetzt macht sie eine schöne 7. Guck mal, die redet jetzt kein Wort mehr. Guck mal, guck mal, jetzt ist... Guck jetzt ins Gesicht. Oh, jetzt. Guck mal, jetzt. Jetzt ist feier. Wie viel hast du? 6. Wenn ich jetzt den in einem reinhau, dann solltest du direkt mit der Kamera drauf. Nö, nö. Ey, der wär so schön gewesen, gell? 3. 1. 1 in 1. We finish. No worries. No worries. Good. Adam, this is our best player. Luki, Luki einmal. Luki, Luki. He is the best player. Germany, Alemannia. Schniedelwutz, wir nennen ihn. Not Tiger Woods, Schniedelwutz. zu viel druck vom vierte er versaut sich wieder die ganze statistik schatzi du bist wieder top favorit ja ich weiß nicht hat er überhaupt noch ein also die info brauchen wir nein gut es macht so bock mit euch weil ihr auch wirklich nicht verlieren wollte und asozial seite ja ich glaube die kannst du auch nicht im einen machen jetzt einfach noch mal zwei gute schläge ja ja okay wenn die gleich wiederkommt mensch ich will nicht gewinnen gegen die ja da muss jetzt einfach noch mal so ein ding in zwei machen jetzt der ist aber auch wirklich und sportlich bei dem wird egal welche sportart der macht es wird immer scheiße aussehen der hat so ein mr bean ding in sich drin das ist mr bean aus deutschland wunderbar fehlt nur noch der teddy bär dabei ja das war wirklich gar jetzt ist alles wieder offen jetzt alles wieder offen komm mal ein typischer liebe song habe ich dir die gar nicht gekauft habe ich die gar nicht gekauft habe ich die gar nicht gekauft hat schon mal so eine tasche gehabt ich habe die schon immer so du musst eine kartei anlegen nein nein das war ein witz der macht schließt schließt die haben schon wieder irgendwie weiß nicht wie schnell der schon wieder geschlagen hat er ist schon wieder da er kann es schon nicht abwarten jetzt habe ich noch den schalke im nacken das sind schon wirklich ziemlich viele komplimente du hast keine komplimente ich sagte jeden tag dass du ganz nett bist wir haben so ein neues ritual okay das wird glaube ich zu schatzi du hast manchmal keinen bock wenn du müde im bett liegst du sagst doch immer die wir erzählen nichts privates aber you are windsurfer right now what you crossword cross skier in snow ach motocross mountain bike ski without snow ohne snow kein schnee soja ja der ist so ein freestyle jumper unfähig gut dass man das nicht hört was du jetzt gerade gesagt hat also ich glaube Mr. Bean hat heute nicht gewonnen U18 ist hier auch mit dabei aber es sind auch viele jugendliche die gerade hier zuschauen meinst du sollen die das morgen in der schule so nachspielen ich habe gestern stream geguckt von adam mit knossi der hat gesagt der ball ist ein asoziales stück findest du das gut? ja ja ok aber das war auch das letzte mal dass der mini golfen war glaube ich ja ja oh das war auch knapp ja wie viele ist denn das jetzt? jesusgott ist durch ja wunderbar you can ey super jetzt bin ich gekommen gehen wir erstmal raus ja ok genau ganz schön der ist so ein freestyle skier der oben in den bergen wo die immer so springt fliegen über felsen und so weißt du are you flying over felsen are you flying over felsen over the rainbow like like through the sky ah ok das ist an das ist der er leugnet das die spielen auf einmal kinderstrecke war denen doch zu schwer tschüss 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 vielen vielen dank für den stream danke dass ihr hier gewusst seid ey weißt du was das wichtigste war doch einfach dass wir hier zusammen auf mallorca sind und dass wir einen geilen Nachmittag hatten ja das war doch geil und dass die Leute dabei gewesen sind das war doch das schönste heute wieder oder ja das war doch das warum wir das gemacht haben es hat einfach mega spaß gemacht vom essen bis jetzt und los macht's gut ciao